Die Digitalisierung in der Logistik hat sich in den letzten drei Jahren rasant entwickelt. Andersrum haben wir auch festgestellt, dass viele Marktteilnehmer, Partner, Supply-Chain-Experten, aber auch Kunden sich genau diese Frage stellen, wie gehe ich eigentlich die Digitalisierung, dieses konkrete Thema an. Aus dem Grund haben wir die Idee gehabt, ein Forum zu schaffen, wo genau diese Teilnehmer sich austauschen können, Ideen diskutieren in einem sehr lockeren und legeren Rahmen. Ich glaube, diesmal wird es sehr spannend zu sein, einmal Fabian Heilemann, der die Makroperspektive reinbringen wird auf das ganze Thema Digitalisierung in Deutschland. Dann haben wir mit Eckhard Diepenhorst, CEO von MyTaxi, jemanden dabei, der sich mit Mobilität sehr viel auseinandergesetzt hat und schlussendlich mit Ludger Tillmann, jemanden, der über Jahre die Supply-Chains von großen Unternehmen gemanagt hat, unter anderem von Schäffler. Berliner Luft und See war bisher sehr erfolgreich, sodass wir uns sehr gut vorstellen können, das beispielsweise in einem halbjährlichen Rhythmus zu wiederholen und würden uns natürlich da freuen, mit jedem Event mehr und mehr Teilnehmer für dieses spannende Thema begeistert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017